Die zweite Teilsitzung zu den natürlichen Treibern des Klimawandels beschäftigt sich mit Vulkanismus und Plattentektonik. Die folgenden Ausführungen habe ich den Quellen, die hier aufgezeigt sind, teilweise auch wörtlich-textlich entnommen. Dieser Treiber des Klimawandels, Plattentektonik und Vulkanismus betrifft geologische Prozesse, eben vulkanische Aktivitäten zum Beispiel. Unter Vulkanismus versteht man alle Phänomene, die mit dem Aufsteigen von Magma aus dem Erdmantel an die Erdoberfläche zusammenhängen. Meistens sind diese an bestimmte Regionen gebunden, bei denen verschiedene Platten der Erdkruste aufeinandertreffen. Die ausgestoßenen Materialien beinhalten sowohl feste, flüssige als auch gasförmige Stoffe. Einen nennenswerten Einfluss auf das globale Klimasystem haben exklusive Vulkanausbrüche, da dann große Mengen von Partikeln, also Aerosole, bis in die Stratosphäre geschleudert werden können. Der vierte Sachstandsbericht des IPCC unterscheidet vier Typen von Auswirkungen, die die Freisetzung vulkanischer Aerosole haben kann. Das erste, eine direkte Beeinflussung der Strahlungsbilanz. Dies beinhaltet die Rückstreuung einfallenden Sonnenlichts sowie die Absorption langwelliger Strahlung. Der Rückstreuung durch Sulfat-Aerosole kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu. Sulfat-Aerosole entstehen etwa innerhalb eines Monats nach einem Ausbruch durch die Oxidation in die Atmosphäre gelangter Schwefelgase. Diese entfalten dann aufgrund der Rückstreuung des Sonnenlichts eine abkühlende Wirkung, verbleiben aber nur ein bis wenige Jahre in der Atmosphäre, bis sie zurück in die Troposphäre gelangen und dort ausgewaschen werden. Die beiden entscheidenden Unterschiede zur Klimawirkung langlebiger Treibhausgase wie CO2 sind damit, dass Vulkanausbrüche die Erde nahe der Oberfläche zum einen kühlen, zum anderen aber auch nur vergleichsweise kurz wirken. Eine langfristige durch Vulkanismus angetriebene Klimaveränderung wäre theoretisch also nur durch eine rasche stetige Folge starker Vulkanausbrüche denkbar. Wie oben erwähnt sind zudem aber auch andere Aerosole wirksam, die wie zum Beispiel Ruhespartikelstrahlung absorbieren und damit die Stratosphäre um sich herum erwärmen. Eine weitere Rolle können Aschepartikel spielen, die aber nur eine Lebensdauer weniger Monate besitzen. Ich werde das versuchen jetzt schematisch für Sie darzustellen. Wir haben hier also die Atmosphäre, hier die Erdoberfläche, einen Vulkan und dieser Vulkan befördert Partikel in die Atmosphäre. Die Sonneneinstrahlung wird an diesen Partikeln absorbiert oder reflektiert. Dadurch gelangt die Sonnenanstrahlung nicht an die Erdoberfläche und wir haben eine lokale Erwärmung in der Stratosphäre und keine Erwärmung an der Erdoberfläche. Aufgrund der räumlich sehr unterschiedlichen Verteilung der strahlungswirksamen Aerosole kommt es zu räumlich verschiedener Heizung und Kühlung der Atmosphäre, womit letztendlich die Zirkulation beeinflusst wird. Dies geschieht zwar zunächst in der Stratosphäre, wo die Aerosole ihre Wirkung entfalten. Die dort geänderte Zirkulation beeinflusst dann jedoch auch die bodennächste Schicht, die Troposphäre. Es wird davon ausgegangen, dass die lokal forcierte Wirkung vulkanischer Aerosole Muster natürlicher Klimavariabilität wie El Niño oder die nordatlantische Oszillation beeinflussen könnte. Dabei kann es zur Auslösung, Verstärkung oder räumlichen Veränderungen dieser Muster kommen. Beispielsweise beeinflusst ein Ausbruch den Temperaturunterschied zwischen Norden und Süden und kann damit eine positive Phase der arktischen Oszillation anstoßen, die den borealen Breiten eine Erwärmung beschert, obwohl die direkte Wirkung der Aerosole eine Abkühlung bedeuten würde. Das räumliche Muster der Wirkung von Vulkanausbrüchen zu prognostizieren ist daher noch nicht in zuverlässiger Weise möglich, da zudem die Menge, Art und Verteilung der Aerosolpartikel dabei bekannt sein müssten. Zuletzt, vulkanische Aerosole schaffen Oberflächen für zahlreiche chemische Reaktionen, die die Konzentration verschiedener Spurengase in der Atmosphäre steuern. Es zeigt sich daran beispielhaft, wie schwierig eine genaue Abschätzung dieser Effekte ist, da das Zusammenspiel vieler verschiedener Prozesse und Stoffe dabei angemessen simuliert werden müsste. Denn auch die beeinflussten Spurengase entfalten wiederum ihre Wirkung in der Atmosphäre. Beispiel ist der Abbau stratosphärischen Ozons, der über ein komplexes Zusammenspiel chemischer und dynamischer Effekte aus einem Vulkanausbruch resultieren kann. Eine Kombination aus Schwankungen der Sonneneinstrahlung und Vulkanausbrüchen kann die Änderung der globalen Oberflächentemperatur weitgehend erklären. Hinzu kommen interne Schwankungen des Klimasystems und Rückkopplungsmechanismen, wie zum Beispiel die Eis-Albedo-Rückkopplung. Auch die Änderung der Bodenbedeckung durch die Umwandlung von Wald in Ackerland kann eine Rolle gespielt haben. Manche Forscher halten es sogar für möglich, dass die Abkühlung des Klimas der Nordhalbkugel vom Mittelalter bis zur kleinen Eiszeit zum größeren Teil durch die Änderung der Landnutzung verursacht wurde. Die Plattentektonik ist ebenfalls an wichtige Einflussgröße im weltweiten Klimawandel. Denn die Verteilung von Land und Meer bestimmt entscheidend auch das gegenwärtige Klima auf der Erde. Sie prägt die Energietransporte auf der Erde, die atmosphärische und ozeanische Zirkulation, den Kreislauf von Wasser, CO2 und anderen Stoffen und nicht zuletzt die regionalen Klimaverhältnisse. Diese Verteilung hat im Laufe der Erdgeschichte wie oben erwähnt nicht immer so ausgesehen wie heute. Der Grund sind plattentektonische Prozesse, das heißt langsame Verschiebungen von Teilen der Erdkruste durch die Bewegung des darunterliegenden Magmas, durch die neue Kontinente und Ozeane entstanden, Hochgebirge und Tiefseegräben, mit Folgen auch für das Klima der Erde. Plattentektonische Prozesse laufen sehr langsam über viele Millionen Jahre ab. Sie kommen daher auch nur als Ursachen für langfristige Klimaänderungen infrage. Allerdings ist die Plattentektonik in der Regel mit Rückkopplungsprozessen verbunden, die auch etwas schnellere Klimaänderungen bewirken können. So können bestimmte Prozesse wie das Abtauchen einer Platte unter eine andere mit Serien von Vulkanausbrüchen verbunden sein, die den CO2-Gehalt der Atmosphäre ansteigen lassen. Bei Gebirgsbildungen wiederum kann die chemische Verwitterung so stark angeregt werden, dass der CO2-Gehalt stark abfallen kann. Bei der Verwitterung reagieren Calciumverbindungen mit der Kohlensäure des Regens, sodass Kohlenstoff, der sich ursprünglich als CO2 in der Atmosphäre befand, in Kalkverbindungen eingebaut wird. Somit ist aus dem Treibhausgas ein Gestein geworden, welches der Atmosphäre für lange Zeit CO2 entzieht. Ich kann das schematisch hier einmal aufmalen. Wir stellen uns hier vor die Erdoberfläche. Auf dieser Erdoberfläche haben wir eine ozeanische Platte, das wäre also das Gestein, sowie eine kontinentale Platte. und die kontinentale Platte hat am Rande dieser Kollisionszone ein Gebirge entstehen lassen. Das sind beispielsweise die Anden am Westrand Südamerikas und die ozeanische Platte schiebt sich im Rahmen einer sogenannten Subduktion unter die kontinentale Platte. Hierbei entstehen Vulkane. Gleichzeitig können diese Vulkane große Mengen Magmas an die Oberfläche bringen und es entstehen vulkanische Gesteine, die eben durch die Verwitterung der Erdoberfläche CO2 entziehen können.